Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Wort am Sonntag, dem 15. Januar 2023. Wir haben den ersten Freitag, den 13. dieses Jahres überlebt, ich hoffe ihr auch. Wir haben hier Information als drittes Wort am Sonntag und wir wollen hier gleich beginnen, weil ich denke, dass wir auch dieses Mal diese Stunde nicht einhalten werden können, weil da einfach zu viel ist. Ich denke, wir werden so gegen eineinhalb Stunden benötigen, vielleicht auch etwas weniger. Wir werden sehen, ich werde mich beeilen und ich hoffe, dass ich hier nicht einen zugehetzten Eindruck mache. Wir wollen starten mit einem Zitat, habe ich gefunden. Zuerst verwirren sich die Worte, dann verwirren sich die Begriffe und schliesslich verwirren sich die Sachen. Eine chinesische Weisheit. Nun, ich bin darüber gestolpert oder respektive ich habe danach gesucht, als ich die Vorbereitungen für diese Episode gemacht habe und ich denke, es trifft sich und unter Umständen könnte das so ein Dauerrenner werden, wo wir anfangs jeweils irgendein Sprichwort haben, was diese bestimmte Episode etwas kennzeichnet. Ich habe soweit alles aufgesetzt, vorbereitet. Ich hoffe, das funktioniert auch technisch. Und ja, starten wir. Wir können nur besser werden. Ich möchte nochmals kurz erinnern, die Nachricht entsteht beim Empfänger. Es geht hierbei darum, dass wir ja vier Schnäbel haben, aber auch genauso vier Ohren. Und wir wollen mit dieser Etymologie-Reihe unser Sprechen, also unser Senden von Informationen bündeln, so dass der Empfänger nicht entscheiden muss oder auswählen oder Rätsel raten muss, auf welcher Ebene wir jetzt kommuniziert haben, sondern wir wollen das kanalisieren, so dass der Empfänger keine Möglichkeit hat, irgendetwas zu interpretieren, sondern das, was kommuniziert wird, das ist das, was auch empfangen wird und was zu verstehen gilt. Information, etymologisch, die Information, Auskunft, Benachrichtigung, ist seit dem 15. Jahrhundert anerkannt definiert, informieren, in Kenntnissätzen benachrichtigen, Spätmittel, Hochdeutsch, informieren, unterrichten. Und das würde heißen, es war im 14. Jahrhundert, also noch bevor es zur Auskunft, Benachrichtigung wurde, das Unterrichten, wurde entlehnt, eigentlich gestalten, formen, bilden. Informieren ist ein Verb, in Kenntnissätzen benachrichtigen, Spätmittel, Hochdeutsch, informieren, unterrichten, also im 14. Jahrhundert, aus dem lateinischen informare, in seiner übertragenen Bedeutung durch Unterweisung bilden, befähigen, unterrichten, entlädt, eigentlich gestalten, formen, bilden. Wir sehen hier eine Volksetymologie, wo man, also so interpretiere ich das jetzt mal, wo man das eigentliche Formen, Gestalten, Bilden vergessen hat und daraus das Unterrichten, Unterweisen, Bilden, Befähigen gemacht hat im Verständnis. Entsprechend folgen auch die im deutschen üblichen Ableitungen allein dem übertragenen Gebrauch des lateinischen Information. Die Information, Auskunft, Benachrichtigung. Haben wir hier eine Wiederholung. Genetiv, der Informator, wer in Kenntnis setzt, benachrichtigt, unterrichtet und früher vielleicht auch Hauslehrer oder Hoflehrer, weil man dazu mal noch keine Schulen hatte und die, sagen wir mal, die gehobene Gesellschaft, persönliche oder eigene, leibeigene Lehrer und Informatoren hatten im 16. Jahrhundert. Informator, Bildner. Wir kennen das heute auch als Berufsbildner. Da sind die Leute, die Lernenden ausbilden und entsprechend durch die Ausbildung begleiten. Wenn wir hier zurückgehen, dann sagt hier die Etymologie, also DWDS, von dort habe ich es, dass Information üblich eine Ableitung ist. Es ist nicht mehr das Ursprüngliche, es ist nur im übertragenen Sinn oder im übertragenen Gebrauch, weil ursprünglich war es Gestalten, Formen und Bilden und was bilden sich bei der Information, bei der Auskunft, bei der Mitteilung. Es sind die Hirnsynapsen, die sich bilden oder das Hirn sich formt, wie man sich das so vorstellen will. Und jetzt später wurde es zum Unterrichten und Unterrichten kann man auch sich so vorstellen, dass das eine, nach unten richten, also das heißt eine, durch das Informieren richtet man nach unten, was nicht zwangsläufig schlecht ist, aber im Unterricht werden die Kinder nach unten gerichtet, also Unterweisung. Man weist sie nach unten und bildet sie dadurch, gehorsam zu werden oder diese systematische Eingliedern, sagen wir mal ins System. Wir werden später nochmals darauf zurückkommen, wie sich das äußern wird. Wenn wir weitergehen, haben wir Informatorisch und Lateinisierend Informativ, also das Adjektiv davon, Belehrend Unterrichtend Im 19. Jahrhundert, wir sehen hier, wir kommen hier in Richtung Gegenwart, gleichfalls Lateinisierend Informant, Der Informant ist ein Gewährsmann, der Informationen übermittelt oder transferiert, welche es zu, wie soll ich sagen, er gewährt, er gewährt Informationen, Sachverhalte, er gewährt die, die Richtigkeit solcher. Doch VKL vergleichlich älteres englisches Informant, Und dann aus der Technik Informatik, die Informatik, Wissenschaft von der elektronischen Datenverarbeitung mit dem Suffix, Suffix ik für Wissenschaftsbezeichnungen. Also wir haben hier, das ik soll eine Wissenschaft darstellen und die Informatik ist offenbar die Wissenschaft von der elektronischen Datenverarbeitung. Wir werden hier auch nochmals später etwas darauf eingehen in Bezug auf Informatik. Und hier habe ich natürlich wieder diverse Links vorbereitet. Ich hoffe, ich finde sie hier. Das Notebook ist schon wieder am Blasen. Ich weiß nicht, ob ich es überstrapaziere. Schalten wir wieder um. Wir beginnen heute mit dem Brockhaus Information im Allgemeinen Die Nachricht Die Auskunft Die Mitteilung Zum Beispiel durch die Presse Und wenn wir den Informator nehmen und die Presse die Informatoren sind dann bilden sie Hirnsynapsen. Es geht hierbei nicht um den Wahrheitsgehalt oder Unwahrheitsgehalt dieser Nachricht oder dieser Auskunft oder dieser Mitteilung die hier übermittelt wird. DWDS Wie wir es kennen Die Information Informationen Bedeutungsübersicht Unterricht über eine bestimmte Sache Hier wenn man es so liest könnte man das so sagen Unterrichten Man richtet etwas unter eine Sache und bildet so den Kontext oder die Basis um darauf aufzubauen Mündliche und schriftliche Mitteilungen die jemanden über etwas in Kenntnis setzen Man kennt danach die Mitteilung Man kennt danach die Auskunft Man kennt danach den Kontext Auch hier Wahrheitsgehalt irrelevant Bedeutung Bedeutung Informieren Mündlich Schriftlich Gehalt einer Nachricht die aus Zeichen eines Codes zusammengesetzt ist in der Kybernetik Wie soll man das verstehen Wenn die Quantitativ Informationen verarbeiten Also eine Menge von Informationen speichern sie keine exakte Ziffernfolge ab sondern merken sich Zahlen in ihrem Kontext Sie erinnern sich eher an ihre Bedeutung als an ihren genauen Wert Die Polizei glaubt dass die Drogen zwei Männern gehören die an der Information des Einkaufszentrums den Verlust einer Sporttasche gemeldet haben Das Material zum Müllsammeln kann nach der Bestätigung der Anmeldung an der Information im Stadthaus abgeholt werden Etymologisch will ich hier nicht größer darauf eingehen weil wir hatten es schon in der Anleitung in seiner übertragenen Bedeutung entsprechend folgen auch die deutschen üblichen Ableitungen Informator Wer in Kenntnis setzt das könnten Politiker sein Räte sein Medien sein Nachrichtensprecher Radiosprecher Zeitungen halt all das aber unter Umständen bin ich auch ein Informator hier dir gegenüber Hoflehrer Informatik elektronisch hatten wir alles Auskunft Auskunft Schalter also eine Örtlichkeit wo man Auskunft erhalten kann in der Gruppe die Botschaft Meldung Mitteilung Neuigkeit News Information Victionary haben hier Altfranzösisch von Lateinisch Informatio der Substantivierung des Verbs Informare Vergleiche to and form im Englischen wir werden das Substantivierung noch später nochmals antreffen Charakteristische Wortkombination To lay an Information against Zumba Wollte jemanden anklagen Information wenn man danach sucht bei Brockhaus kommen folgende Ergebnisse zurück es gibt die Information in Informatik für die Übermittlung und Aneignung in Form gebrachtes Wissen also in Kontext bringen in Form bringen Wissen wie Mitteilungen Nachrichten Messwerte Daten im Allgemeinen bla 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 Soziologie in der Soziologie und Politik Wissenschaft ist eine Belehrung es besser wissen der Austausch und die Verbreitung von Informationen sind die Voraussetzung für soziales Handeln sie verbinden nehmen wir so in der Biologie gleichbleibend überstand spannend in der Biologie wird die Information das gleichbleibende bei der Übertragung steuernder Signale vom Sender zum Empfänger Allgemein hatten wir genetische Information die in den Nuklearen ich glaube ich habe hier die Links sogar ausgedeutscht für die Übermittlung im Allgemeinen zur Beseitigung einer Ungewissenheit in der Informatik werden besonders da müsste man sich anmelden und anmelden kann man nur wenn man eine Bibliothek ist oder Angestellte einer Bibliothek oder in einer Bildungsinstitution was ich keines von allen bin Austausch für die Verbreitung Informationen sind Voraussetzung für soziales Handeln sie verbinden soziale Systeme und das ist spannend soziale Systeme eine Familie ist ein soziales System Betriebe ebenfalls ein soziales System und Unternehmen ebenfalls ein Betrieb betreibt etwas und ein Unternehmen unternimmt etwas genetische Information hatten wir schon die in den Nukleinsäuren gespeicherte Information zur identischen Selbstreplikation Zellteilung wahrscheinlich mache ich mal noch eine Episode nicht im Wort zum Sonntag sondern in einem Diskurs über Krebs und da wird das wieder auftreten dann im Allgemeine der Thesaurus beschreibt einfach oder ist eine Sammelsurung von ähnlichen Begriffen oder Verwendung von ähnlichen Begriffen wie hier Information hatten wir schon mal Auskunftsschalter Botschaft Meldung Mitteilung Neuigkeit Kunde Kunde tun Fakten Wissen Datensammlung Daten als solches Also sind ähnliche Begriffe Gehen wir weiter Information im Englischen Knowledge Geht das? Müsstet ihr sehen und lesen können Geht nicht Knowledge Also man geht hier davon aus in der englischen Beschreibung von dictionary.com dass die Information kommuniziertes Wissen ist oder empfangenes Wissen über einen bestimmten Fakt oder Umstände oder vielleicht auch News concerning a crime also über ein Verbrechen das stattgefunden hat Gained through study also dieses Wissen wurde über Studien Kommunikation Research Recherche Instruktion or Factual Data also faktische Daten die nicht veränderbar sind The Act or Fact of informing Interessant An Office Station Employees whose Function is to provide Information Das ist der Auskunftsstelle Im Gesetz The Official Crime Charge Presented Das sind Beispiele Da könnt ihr selbst noch genauer Ich werde auch hier wiederum eine Liste machen von allen Quellen die ich hier verwendet habe im Grunde genommen sind das tendenziell diese die wir hier sehen aber es gibt noch weitere Informationen Dann haben wir Könnte könnte man so interpretieren dass in der englischen Sprache das Wort Information nicht im übertragenen Sinn oder übertragenen Bedeutung oder entlehnt ist sondern sie sagen hier dass es effektiv ein Fakt ist über jemanden oder etwasen The phrase for your information is sometimes used informally in speech when responding to an annoying statement or question by someone who is accused or blamed you wrongly Are these best tickets you could get for your information I had to stand in line for two hours to get these Britannica Dictionary Knowledge weil hier Knowledge so dominant daherkommt Information understanding to stand under das wäre das wieder das Unterricht man richtet etwas unterhalb damit man darauf etwas aufsetzen kann einen Kontext bilden und dann weiterbauen or skill that you get from experience or education das ist etwas was für mich zutrifft man weiß etwas erst dann apropos wissen um nicht vorzugreifen wissen wird das vierte wort sein nächsten sonntag am 22 januar 2023 also gehen wir hier nicht weiter darauf an weil wir wollen ja nächsten sonntag noch etwas zu präsentieren zu behandeln haben information a piece of information detailed information relevant das ist nicht für auflistungen ok vocabulary if you are unsure whether to buy a car you may ask for more information about it information is knowledge you gain from studying investing or experiencing something und hier haben wir ein gutes beispiel wie im englischen die informationen wirklich mit wissen oder mit fakten korreliert wenn wir ein auto kaufen wollen oder einen computer oder irgendetwas dann wollen wir uns informieren was dieses ding kann und da gibt es da diese spex sheet also ein blatt papier wo alle spezifikationen aufgelistet sind das auto ist schwarz hat so und so viel PS es hat vier räder und bestenfalls gar sechs Räder das Steuerrad und das Ersatzrad und hat so und so viel Verbrauch pro 100 Kilometer das sind sogenannte Factual Data Fakten über das Fahrzeug in diesem Beispiel die nicht veränderbar sind als solches und deswegen ist das Wissen weil wenn wir jetzt den Verbrauch des Autos anschauen wollen dann müssen sie ja Studien machen es gibt da wissenschaftliche Anordnungen wie man den Durchschnittsverbrauch auf 100 Kilometer bemessen kann und das sind dann das ist ein Wissen weil sie haben es ja gemacht oder man geht davon aus dass sie es gemacht haben sonst haben wir hier Wiederholung in Form in Form is related also Vocabulary kann ich soweit empfehlen weil sie hier schon Hinweise darauf geben was wir in heutigen Session noch genauer drauf eingeben sarcastic or not information is related to the word in form whose latin roots is in and form basically mean that they are sound like form into from investigation study and instruction ok good hier wieder sie reden von wissen obwohl wir eigentlich informationen wollen also könnte man das so sagen wenn ich pflanzen pflanze eine blume und ich habe vielleicht 20 anläufe gemacht und 19 mal ist mir die pflanze frühzeitig gestorben nicht weil sie geraucht hat einfach weil ich nicht im stande war die pflanze richtig zu behandeln zu gießen zu pflegen mich jedes mal wieder etwas verbessern und so ist die 20 pflanze lebendig geblieben oder hat die erwartete lebensdauer erreicht und das ist wissen das ich generiert habe durch erfahrung durch diese studie durch das repetieren das korrigieren von fehlern justieren von bestimmten maßnahmen bestimmten ihr wisst schon was ich meine das ist wissen das ich für mich generiert habe es ist mein wissen es gehört mir und wenn ich dir davon erzähle wie ich es gemacht habe damit ich diese 20 pflanze erfolgreich am leben halten konnte dann ist das für dich eine information jedoch nicht wissen ich denke das könnte man so hinnehmen TESAURUS TESAURUS information von information facts news und hier sehen wir auch im englischen wir können uns annähern oder auch distanzieren von dem was es eigentlich ist und ich denke es ist unbestritten ich denke es ist unbestritten dass im täglichen gebrauch das wort information auch als solches verstanden wird wie fakten es ist die information die ich übermittele und du gehst automatisch als empfänger das wären dann bei den ohren den sach verhalt du gehst davon aus also in bestimmten kontext natürlich wenn ich jetzt ja dass es ein fakt ist und wenn ich die zeitung aufschlage und da lese dann gehe ich davon dass das neu ist neu sind aber für wen ist das neu ist es ist für mich als leser oder radiohörer oder fernsehschauer für mich ist es neu das heißt aber nicht dass die information als solches neu ist sie kann schon ewig sein wie zum Beispiel habe ich gerade letztin gelesen dass durch die gletscherschmelze da eine passe also ein gebauter pfad von menschen die sie zurück datieren zu den römischen zeiten also vor 2000 jahren also ist das ja neu für mich weil ich nicht wusste die information nicht hatte dass unter diesem gletscher einen pfad der die römer gebaut und genutzt haben sich befahnt und jetzt habe ich diese information und das ist neu hier auch neu ist ist der Fakt dass die gletscher demnach nur 2000 jahre alt sind und wenn wir hier von einer gletscherschmelze reden im sinne von klimawandel könnte man das wieder auseinander nehmen weil das wissen fehlt hier in diesem kontext also gehen wir weiter im französischen muss ich hier noch umschalten mal schauen ob ich das hinkriege ja le renn sein mens information renn sein mens information important a piece of information ist ein Teil der information irgendwo habe ich gedacht ich hätte die französische variante hier renn sein mens ist die auskunft mens auskunft mens kunft und ich dachte ich könnte hier renseignement 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 die auskunft die information renn sein mens habe 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 hier noch kurz nach geschlagen dvds hat da nicht so viel es gibt hier einfach nur die bedeutung ist veraltet also das wort renseignement ist veraltet das wort kennt man im englischen wie auch im deutschen aber eben veraltet heute spricht man von auskunft und nachweis dann dann im französischen haben wir die information ist ein synonym von avis avis von avisieren eine notiz zur kenntnis nehmen eine notiz einfach hier so ein dings avis 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 laut avis as per advice also avis ist sogar eine ein Ratschlag das war fast zu perfekt im englischen kennen wir information information in spanish la information la information dieses ding hier auf dem o ist eine betonung information information rations klicken wir hier mal ich glaube die beiden hatten wir schon information avis gehen wir kurz schauen im englischen rations mod hatten wir wir kommen hier schneller voran als ich dachte information information hat kein plural also es ist ein spezielles wort von information im englischen gibt es keine plural kein information im deutschen haben wir information aber die informationen wir haben information information dann die auskunft hatten wir schon information hier spannend im französischen also ich nicht behaften ja ich kann kein französisch etymologisch er ist also seit dem 13 jahrhundert und geht fährt in hallo für mich wir machen das uns etwas einfach man soll ja die technik so nutzen nicht des rück die dokument konzernement gerichtliche ermittlungen durchführen informationen die man über jemanden erhält hier haben wir sogar literaturverweise wo es definiert wird gesamtheit des wissens das über ein bestimmtes thema gesammelt wurde informationen oder auskunft die man einer öffentlichkeit zur kenntnis bringt die man einer öffentlichkeit zur kenntnis bringt also die medien bringen informationen oder auskunft an die öffentlichkeit und die öffentlichkeit was ja denn die empfänger sind in der masse nimmt es zur kenntnis handlung eine form in eine form zu geben zeichnung skizze idee entwurf informer ist schon spannend wenn man hier wirklich mal andere sprache vergleicht wie da die erläuterungen sind zum wort selbst es gibt nuancen es gibt komplett etwas neues es gibt etwas näher am eigentlichen ursprung man geht wieder weiter weg je nachdem finde ich hochspannend hätten wir oder würde ich mich selbst nicht auf diese stunde limitieren dann würde ich das fast bei jedem wort machen wollen aber ich denke das würde dann den rahmen überspringen es genügt insofern dass ich das vielleicht für mich mache und in den quellen aufführe je nachdem wie viel zeit ich aufbringen kann für die vorbereitung weil ich muss sagen für diese episode habe ich noch mehr zeit investiert als für die phänetik information avis hatten wir schon wunderbar dann wären wir hier eigentlich auch schon wieder durch dann kommen wir wohl zum spannenderen teil würde ich schon fast sagen einen schluck wasser ich könnte oder ich wäre immer besser ich habe hier so ein 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 jingel ding und wenn ich das nächste mal wasser trinke und es für euch nicht einfach nur stille pause ist könnte ich da so ein jingel rein werfen damit ihr die folie lesen könnt könnte da auch so eine lift musik eintun so gehen wir weiter silbentrennung die bedeutung deutsch trennung eines wortes meist am ende einer zeile nach silben trennung eines wortes nach silben silben trennung bedeutung um leitung wieso ist das wichtig weil wir hatten das schon einmal die silbentrennung die silbe hat eine bedeutung die silbe vom lateinischen syllaba syllabus zusammenfassung silbe eine einheit aus einem oder mehreren aufeinander folgenden lauten also wir sprechen hier von phonemen bezeichnet bezeichnet die sich in einem zug aussprechen lassen und so eine sprecheinheit bilden im phonetischen sinne die silbe bildet eine rein lautliche phonetische einheit und ist unabhängig von ihrer bedeutung wir könnten eigentlich hier sagen dass die worttrennung also die silbentrennung so wie wir sie in der schule lernen damit das wort richtig getrennt ist am ende der zeile splittet das wort wohl in die phonetische einheit jedoch losgelöst von der bedeutung es könnte eine form der verwirrung wie wir sie von turba zu babel kennen daher stimmt die einteilung eines wortes in silben häufig nicht mit der einteilung in bedeutungstragenden einheiten den morphemen überein also das kann man nachschauen wenn wir die silbe nachschauen hier habe ich hier glaube wenn ihr hier auf den link klickt ich werde diese folie ebenfalls auf die webseite publizieren da könnt ihr sie runterladen und die links sind da alle eingebettet auch wenn im deutschen oft dieser eindruck entsteht und hier haben wir den hinweis also das habe ich auch aus dem internet kopiert sehr wahrscheinlich von dwds dass hier sogar hingewiesen wird dass die silbentrennung rein phänetisch ist also im klang im laut aber weg von der bedeutung das heißt wenn wir in der schule als kinder auch schon systematisch gelernt bekommen wie wir die wörter zu trennen haben konzentrieren wir uns und verlieren so den eigentlich gehalten das macht auch wiederum sinn wenn wir das wort information betrachtet dass wir eben nicht auf die bedeutung eingehen sondern ebenfalls nur auf den phänetischen klang im sinne von der verwendung man entlehnt von irgendwoher oder man im übertragenen sinn oder übertragen gebrauch wie es sogar gestanden hat silbentrennung es gibt regeln sprech silben ergibt sich natürlich durch langsames sprechen eines wortes die phänetische trennung oder die schreib silben das ist das was wir in der schule lernen geschrieben form einer silbe grammatikalisch gehen wir hier kurz das phonem wissenschaft von den akustischen artikulatorischen eigenschaft der laut und laut gebildete gelehrte bildung tick hatten wir schon mal wissenschaft zum tönensprechen also der klang als solches das morphem im gegenteil ist die lehre von der morphologie lehre von der gestalt den formen und der ihrer entwicklung das optische die gestalt und wenn man dann da morphem die kleinste einheit der sprachlichen form und der unterschied zwischen grammatisch und grammatikalisch hatte ich gestern eine bessere seite ja was ist das lemata übersetzung keine was das ist aber ich fand die übersetzung gut oder die darstellung im grunde genommen beschreiben die beiden alternativ also grammatisch und grammatikalisch zwei unterschiedliche sachverhalte und wir werden hier gleich prüfen können ob ich es richtig verstanden habe oder nicht grammatisch die endung des worten ist grammatisch die grammatische endung ist eine grammatikendung ferner kann grammatisch auch den zweck eines prädikats erfüllen die endung die endung ist grammatisch aber nicht mathematisch verwendet man den begriff grammatisch dann beschreibt dieser etwas das in seinem wesen grammatik ist beispielsweise ist die deklination von adjektiven und die konjunktion von verben oder eine chaos endung grammatisch also ich bin du bist sie ist ist eine konjugation und deswegen grammatisch ist etwas grammatikalisch ist etwas in seinem wesen nicht grammatisch sondern bezeichnet oder bezieht sich auf die grammatik auf die wissenschaft der der grammat denn verwendet man den begriff grammatikalisch er spricht grammatikalisch falsch spricht jemand grammatikalisch falsch dann ist etwas nicht im sinne der grammatik artikuliert worden inhaltlich kann das gesagt jedoch korrekt sein da grammatikalisch auch die lexik keinen meinen kann er versteht grammatikalisch ist die grammatisch in der kausale und grammatikalisch ist völlig losgelöst von der grammatik der lehre der grammar morphem in der longistik ist die kleinste sprach die eine identifizierbare bedeutung oder grammatische funktion hat ich möchte hier das oder vor allem betonen kommt übrigens von wikipedia deswegen habe ich hier auch den link hingetan weil wenn man sich damit auseinandersetzt wird man oft feststellen dass die quellen die ich auf die ich stolpere oft auch widersprüchlich zueinander sind weswegen ich auch hier eine große liste von quellen angebe einfach nur damit die nachvollziehbarkeit gewährleistet ist somit ist das morphem die kleinste funktionstragende einheit der sprache hier steht sogar noch wiki die funktion ist die segmentierung der inhalts und ausdrucksebene im sprachsystem die segmentierung ist ein prozess der den sprachstrom in einzelne konstituenten unterteilt die konstituenten wie die sprach einzelne teile genannt werden segmentierung die segmentierung zerlegung einer komplexen sprachlichen einheit ist die kunst einzelne objekte im bild zu erkennen mit der dadurch also ich gehe es mal davon aus dadurch dass dvds hier keine etymologie auflisten kann zum wort segmentierung gehe ich davon aus dass das ein künstliches wort ist vielleicht nehme ich das in die liste mit auf von den worten die wir uns im verlaufe des jahres vielleicht noch anschauen der prozess rechtshandlung gerichtliche vorgehen gerichtliche entscheidungen prozedere vorwärts gehen vorankommen fortschritte machen der prozessus das vorwärts schreiten der verlauf rechtsstreit erlass rechtshandlung gerichtshörn handlungsweise vorgehen prozessus das vorwärts fortschreiten wachstum konstituente die konstituente die konstituente konstituente spielereien das war das falsche ich wollte das hier konstitution staatsverfassung constitution verordnung also ist die konstituente ein bestandteil der konstitution eine verfassung eine zusammenschaffung zusammenfassung konstituieren einsetzen gründen grundlegend konstituent sprach einheit das teil eines größeren einheit entlehnt auch 20. jahrhundert das ist etwas neues über gleich bedeutend amerikanisch englisch constituent constituent genetive part presence kleiner abschweifer dann silbentrennung die silbentrennung wie wir sie vorhin gehabt hatten ist die sprachliche oder die schreibweise die trennung von das wäre dann grammatikalisch auf die grammatik bezogen also phonetisch umleitung oder wie wir vorhin gesagt haben eine einteilung der wortteile wenn wir langsam sprechen silbentrennung kreuzung information das morphem hier etwas grafisch dargestellt das morphem ist die kleinste bedeutungstragende einheit also funktionstragende es gibt freie morpheme funktionswörter partikel dann gibt es gebundene morpheme präfix das was vor dem stammwort steht suffix das was hinter dem stammwort stehen das werden wir insbesondere ab 2024 anschauen die gebundenen morpheme der suffixe die derivate derivativ also das was am schluss steht aber auch die präfixe da gibt es da noch die flexive und fugen fugen morpheme nehmen wir das wort also information auseinander dann haben wir den stamm dieses wortes ist form form bildung skulptur entwurf aus dem französischen form das verb davon wäre form n oder in form in form bringen aber das in form bringen kann zweierlei genutzt werden zum einen kann es im in sein also hin ein eine örtliche formierung wenn man so will formierung aber in kann auch als un verstanden werden wir kennen das von valid gültig valid mein benutzname und passwort ist valid und wenn ich da einen Fehler angebe ist es invalid und invalid kennen wir auch in der sozialstruktur also wenn wir menschen haben die invalide sind invaliden versicherung beziehung dann sind sie ungültig und was sind sie ungültig sind ungültig nicht gültig im system sie sind nicht wirtschaftstragend oder tragen nichts der gesellschaft bei und tragen auch nichts dem wirtschaftlichen bei also sind sie ungültig invalid indianer inuit inui format at nomenklatur substantive habe ich jetzt hier nicht verlinkt weiß auch nicht wieso at die wortendung at fremdzufix zur bildung von fremdwörtung als substantive im maskuling oder neutrum also könnten wir mal so eine wette machen wie oft wie oft findest du wörter oder wie viele wörter findest du die mit at enden und sie sind männlich oder neutrum das format wäre neutral und der automat wäre männlich oder die challenge wäre finde ein wort das feminim ist dann at zion das war schwierig kann ich euch sagen das war schwierig und hier habe ich den beweis gefunden dass der duden für einen arsch ist das gehen wir gleich drauf ein at zion ist ebenfalls ein suffix wird meist in zusammenhang mit ion ion zion bei ion handelt sich um eine fremdstreich endung in fremden wörtern versucht man dies unter deutschen wortbildungsregeln zu beschreiben gibt es verschiedene ansätze also fictionary gibt hier nichts eindeutiges sondern nur verschiedene ansätze der duden führt da separat auf die endung kann auch mit ation bezeichnet werden formation bezeichnet werden in formation und in ihren vier suffix varianten ion ation zion ition auftreten okay entschuldigung habe hier nicht umgeschaltet anfängerfehler duden also hier beginnt es schon wenn man auf google auf duden kommt dann gibt es da so etwas das sich wegklicken lässt wenn ich auf die seite komme dann gibt es hier spam werbung spam werbung spam werbung spam werbung spam werbung die ganze webseite ist überfüllt von werbung und dann muss ich noch sagen ich habe es zwar gestern in der vorbereitung gemacht da muss man noch etwas akzeptieren damit sie diese blöden cookies da rein schieben können dass ich meine werbung sehe und nicht irgendeine werbung und dann gehe ich hier hin sage ion rechtschreibung ion bedeutung ion bedeutung hier steht in der regel die genaue das jeweilige semantische spektrum abgedeckte und klicke ich darauf kommt da nichts und wenn ich hier auf action klicke dann komme ich auf zum nächsten wort action ich habe hier zwar die schreibweise ich habe die laut schrift rechtschreibung worttrennung bezeichnet in bildungen mit verben verb stemmen das ergebnis von etwas in einer handlung einer tätigkeit bezeichnet in bildungen mit werbung also motivieren action informieren information sozialisieren das ergebnis von etwas einer handlung und tätigkeit an dieser handlung tätigkeit selbst also es wird zu einer tätigkeit okay duden werbung 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 action hatten wir zion hier kommen beispiele aber sonst nichts also ich weiß ehrlich gesagt nicht genau was der duden ist oder was der duden sein sollte aber früher als ich noch zur schule ging da hatte der duden gewicht man hat sich auf den duden gestützt und wenn ich schaue wer ist denn der duden oder zumindest mal die webseite duden.de es ist irgendein verlag und ich dachte es gab mal so ein herr der nannte sich herr dudel duden zion und dann hier die erklärung in englisch die definition davon und hier das habe ich aufgenommen weil das trefflicher ist ist the suffix occurring in words of latin origin used to form abstract nouns from verbs or stems not identical with verbs whether as expressing action zion revolution commendation or a state contribution starvation ein zustand ein physischer zustand oder eine aktion wie eine revolution starten or associating meaning relation temptation warum habe ich das genommen ja wahrscheinlich deswegen wegen diesem einen satz weil das hier eine akkurate formulierung ist und mit akkurat meine ich in diesem sinne nicht dass es korrekt ist sondern damit kann man arbeiten dann gehen wir weiter morphem immer noch stammwort form grammatisch kleinste einheit bedeutung gestalt form form art erung hier habe ich nochmals den duden um weiß gar nicht wieso formatieren wäre das verb um 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 hier um haben wir eine deutsche englische und hier kommen wir zum substantinierung was denn das ist irung suffing betonung irung bezeichnet in bildungen mit verben verb stemmen etwas eine handlung eine tätigkeit isolierung konfrontierung konfrontierung resozialisierung bezeichnet in bildungen mit verben etwas etwas duden ich meine ok gehen wir weiter substanti substanti aktivierung nominalisierung nominalisierung die norm um hier ausgerechnet wikipedia bildet bietet hier eine bessere grundlagen als der duden selbst suffix un entwickelt sich der in der deutschen hochsprache als universelles mittel zur substantivierung von verben im verlauf der geschichte wurde es auch ein bestand der eigenständige substantive die als feststehende begriffe keinen unmittelbaren zusammenhang mit ursprünglichen tätigkeitswort mehr haben zeit un wäre da vielleicht was als pendant zum lateinischen suffix zion ersetzt die endung un diesen bei der ersetzung von fremdwörtern die oft als griechisch lateinisch stemmige fachbegriffe im wissenschaftlichen und technischen bereich verwendet werden könnt ihr lesen un dictionary forms nouns from verbs also im englischen heißt das un ing und da wird einfach ein Nomen daraus gemacht aus Verben werden Nomen daraus gemacht nominalisierung un entwickelt sich aus dem germanischen parallel vorkommen der Änderungen inga unga 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 bonga einen sonderweg schlug von dort die Entwicklung des englischen ein die zur Verlaufsform der Verbenbildung ing Einführte, Althochdeutsch, Mittelhochdang, Unge Inge, die Olle Inge, das Pendant zum Lateinischen Organisationen. Hier findet man etwas. Studen nicht, hatten wir schon mal. Gehen wir weiter. Die Zeit läuft. Wir haben die Stunde erreicht. In der Informatik gibt es ebenfalls Information. Und da ist die Informatik für die Übermittlung und Aneignung in Form gebrachtes Wissen, in Gänzeklammern wohl bemerkt, die Mitteilungen, Nachrichten, Messwerte, Daten im Allgemeinen zur Beseitigung einer Ungewissheit. Also hier haben wir ebenfalls die Nachricht, oder wir wollen jetzt hier mal von Wissen und Daten sprechen, setzen wir in Kontext, nein Wissen nicht, Daten. In der Informatik kennen wir die Null und Eins. In der Informatik besteht alles nur aus Nullen und Einsen. Haben wir ja vielleicht schon mal gehört. Und diese Nullen und Einsen sind Daten in Form von Strom oder Nichtstrom. Null kein Strom, Strom eins. Und diese Daten, diese Zahlenketten von Nullen und Einsen, die muss man in einen Kontext bringen. Man muss sie interpretieren und auswerten. Und somit hat man Gewissheit über etwas. Das wäre dann der Vorgang der allgemeinen Beseitigung dieser Ungewissheit. Und Nachrichten, Mitteilungen, das sind ja das, was hier transportiert wird. Transportiert wird, das hatten wir anfangs mit den vier Mäulen, mit den vier Ohren. Es ist die Mitteilung, die Nachricht, die übermittelt wird, die man aussendet und auch wieder empfängt. Und in der Informatik, und das TIC kennen wir jetzt mittlerweile, ist die Bezeichnung von Wissenschaft für die Übermittlung und Aneignung von Wissen, wie Mitteilungen. Insbesondere, und hier müsste man neben, das kommt von Hausbrock. Wenn wir uns die Festplatte vorstellen. Heute haben wir vielleicht nicht mal diese, aber hier sehen wir, das sind die Platten, die sind fest. Und hier haben wir den Lesekopf, ich hoffe, ihr könnt es sehen. Hier haben wir den Lesekopf. Und auf dieser Festplatte könnt ihr euch vorstellen, als ob das lauter Kübeli sind. Kübeli. Millionen von Tassen. Und diese Tasse ist entweder leer, kein Strom, Null, oder gefüllt, dann sind sie Eins. Sie haben Strom. Und da gibt es Millionen von Sektoren auf dieser Festplatte. Und dieser Lesekopf fliegt über diese Tassen, um zu lesen, wo gibt es Nullen und Einsen. Und ihr kennt vielleicht den Ausdruck. Und damit der Computer in dem Sinne weiß, wo in welchem Sektor, in welcher Tasse, wo welche Daten sind, benötigt er eine sogenannte Index-Tabelle. Also nicht eine sogenannte Index-Tabelle, sondern es ist eine Index-Tabelle. Und in dieser Index-Tabelle steht eigentlich nur, welche Information findest du in welchem Sektor. Und wenn wir das vergleichen mit dem Schallplattenspieler, dann haben wir hier ebenfalls einen Lesekopf, der hier über die Schallplatte rüberflitzt. Und wenn ich ja genau weiß, in welcher Rille das X-Telit beginnt, dann kann ich den Kopf heben und da rüber platzieren. Und ich komme zu diesem Wort, äh, zu diesem, äh, zu diesem Lied, wenn es dann eine Musikschallplatte ist. Und dasselbe ist eigentlich mit der Index-Tabelle. Die Index-Tabelle sagt, wo, in welchem Sektor findest du die entsprechende Information. Und der Kopf bewegt sich und geht dahin und liest die Daten aus. Und ihr kennt vielleicht den Vorgang von Formatieren. Form Art, die Festplatte Formatieren, würde in dem Sinne heißen, es gibt die Möglichkeit, eine Schnellformatierung durchzuführen, ein Quick-Format. Und bei einem Quick-Format, ah, was ich noch sagen darf, diese Index-Tabelle könnt ihr auch vergleichen wie mit einem Inhaltsverzeichnis in einem Buch. Im Inhaltsverzeichnis steht die Kapitelbezeichnung und die Seitenzahl. Und die Kapitelbezeichnung ist ja grundsätzlich, welche Informationen findest du wo, und zwar auf dieser Seite. Also wetterst du relativ schnell dahin, um das zu lesen, was du lesen willst. Und bei der Formatierung auf der Festplatte sprechen wir hiervon eigentlich, wenn ich sage, eine Schnellformatierung, ich lösche das ganze Inhaltsverzeichnis. Ich lösche den Index. Ich lösche aber nicht die Daten, die irgendwo im Buch geschrieben stehen, oder auf der Festplatte in diesem Kontext. Das heißt, die Daten sind nach wie vor da. Und ich spreche hier bewusst von Daten, wenn ich von der Festplatte spreche. Aber ich muss dahin blättern, mit aufwendigen und vielleicht teuren Wiederherstellungssoftwaren, da kann man die Daten wieder lesen oder rekonstruieren, respektive die Index-Tabelle wiederherstellen. Aber beim Buch, wenn es ja physisch ist in dem Moment, man muss durchblättern und ich könnte auf dieses bestimmte Kapitel kommen, das ich eigentlich lesen wollte. Das geht schon, aber es ist mühsam. Und wenn wir nicht eine Schnellformatierung durchführen wollen, dann löschen wir nicht nur das Inhaltsverzeichnis auf der Festplatte, sondern wir beschreiben die Festplatte auch mit Nullen oder Einsen. Da müsste man einen Informatiker fragen, was da wirklich passiert, aber ich gehe mal davon aus, es wird ein Nullen sein. Das heißt, wenn ich tausende Millionen von kleinen Tassen habe und überall habe ich da irgendwo etwas drin oder vielleicht nicht drin habe, dann kommt bei der schnellen oder bei der normalen Formatierung, bei der vollen Formatierung, kommt da die Reinigungskraft vorbei und leert alle Tassen aus. Und dann sind die Daten weg, inklusive Inhaltsverzeichnis. Und das könnte man sagen, ist nicht direkt eine sichere Formatierung, aber es ist eine effektive Formatierung. Das heißt, wenn du die Festplatte wegwerfen willst und sicherstellen willst, dass niemand irgendwelche Daten da lesen kann, dann würde ich im Minimum die Vollformatierung empfehlen, wenn nicht ein dediziertes Software oder Applikation, die die Festplatte mehrmals überschreibt mit anderen Werten, als es ist. Ja, die Information. Und hier haben wir eigentlich, wenn man im Umgangssprach sprechen will, könnte man hier sagen, wir löschen Daten. Wir leeren die Inhaltstabelle. Das IN weist auf die Negierung hin. Das IN ist eine Umkehrung des Wortstammes. Also wenn wir formen, ist die Information in Form bringen. Und hier haben wir wahrscheinlich das Problem vom Verständnis, wenn wir sagen, Informat. Formatierung. Informatierung. Ich weiß nicht, ob es dieses Wort gibt. Aber es deutet darauf hin, dass es eine Umkehrung ist davon. In die Form ist die Gestalt der Daten. Leer oder nicht leer. Die Form ist die Zusammensetzung der Daten im Kontext. Also das heißt, wenn wir eine Festplatte formatieren, informatieren, dann löschen wir, eliminieren wir. Und beim informen ist genau das Umgekehrte der Fall. Wir setzen etwas in Kontext. Wir fangen an, diese tausend Tassen in bestimmten Reihenfolgen zu füllen, so dass das gefüllte Muster irgendwo einen Sinn ergibt, einen Gehalt bekommt und in den Kontext gebracht werden kann. Und somit Verb zu Nomen und Nominalisierung. Femininisierung. Und wenn wir das so betrachten, ich glaube, das ist die letzte Folie, Tatsache, dann könnten wir wirklich sagen, dass im, gehen wir noch kurz dahin, was ist das? BBC, how to use the suffix action turns a verb into noun. Hatten wir schon mal. Hier nochmals die Bestätigung. Es macht zu einem Wort. Nomen. Fremdchanglien hatten wir auch schon. Also ist hier ein Grimier eine Videoholung. Hier die nächste Herausforderung, die nächste Challenge. Findet Wörter, die mit Aktion endet und findet heraus, ob sie weiblich sind oder männlich. Und ich würde wetten, ihr werdet keine finden, die männlich sind. Die Regierung. Die Reini. Wann wartet man? Die, die Nation. Die Ration. Die Kastration. Ja, könnten wir spielen. Also, kommen wir zum Schlusswort. Und jetzt habe ich hier ein Durcheinander. Jetzt habe ich euch eigentlich eine Folie unterschlagen. Das wäre das gewesen, was ich jetzt gerade gesagt habe. Ich muss mich etwas besser darauf achten, wenn ich umschalte. Kommen wir auf dieses Abstrakte nochmals zurück. vom Silbentrennung, vom Phänetischen Silbentrennung. Wenn wir eine Umleitung haben, haben wir die Bedeutung festgelegt und können wortformtechnisch im Phänetischen eine Silbentrennung machen. und wenn wir von der Phänetik, wie wir letzte Woche behandelt haben, wir die Schwingung von der vom Laut uns achten und wir es so trennen, dann könnten wir eine deswegen habe ich auch diese Gäste gemacht, diese eine Taktierung, würde ich so fast sagen, wie wir es von der Musik kennen, wenn wir den Takt anzeigen, wie es die Dirigent macht. Und wenn wir uns ein Klassenzimmer vorstellen, wo in Reihung liegt, diese Schüler in den Bänken sitzen und der Lehrer da vorne irgendetwas vorantreibt in Formen bilden, die Synapsen der Schüler bildet, dann haben wir auch wieder dieses Um, diese Tat aus einem Verb unterrichten. Man richtet die Kinder nach unten oder die Schüler als solches im übertragenen Bedeutung eine Unterweisung. Man weist sie an, wie sie die Schilbentrennung zu tun haben. Man weist sie an, wie man die Rechtschreibung macht. Man unterweist sie, man bildet die Synapsen und er macht das genauso. Wir befähigen euch, es zu tun, indem ihr Schreiben lernt und unterrichten. Und dabei passiert eigentlich das Gestalten, Formen und Bilden von Hirnsynapsen, von Muskelerinnerungen durchs Schreiben. Und somit kommen wir als Schüler weg von der Bedeutung der Wörter. Der Wörter. Und das heißt, wir werden zwar in Kenntnis gesetzt oder wir werden benachrichtigt, verstehen aber nicht die Bedeutung dessen, was uns beigebracht wird. Das ist schon eigentlich eine Entfernung oder eine Entfremdung der Bedeutung als solches den Wert eines Wortes oder schlussendlich auch der Sprache. Und wenn wir sagen, okay gut, wir tun aber phönetisch das Trennen, dann haben wir die Schwingung. Und wie ich vorhin gesagt habe, die Schwingung, schlechtes Wort, übertragen, wir traktieren das zu bildende Hirn. Und deswegen ist es ja eigentlich wichtig oder empfinde ich es als sehr wichtig, dass wir nicht nur das System verstehen, wie wir die Grammatik anzuwenden haben und umzusetzen, sondern auch, dass wir uns der Bedeutung bewusst werden. Und wenn wir uns fokussieren in der kommenden Zeit auf Wörter, die wir verwenden, es müssen nicht zwangsläufig Fremdwörter sein, es können auch normale Wörter sein, die wir im täglichen Gebrauch so nutzen, wie Essen gehen, das ist schlecht, Essen, woher kommt S, S, und werdet euch bewusst, ich zeige hier eigentlich in dieser Etymologie-Reihe Wort am Sonntag zeige ich euch auf, nicht wie ich die Recherche mache, aber die Ergebnisse meiner Recherche und schreibe sie nieder, ich tue die Quellenangaben machen, sodass ihr nachschlagen könnt, damit ihr auch seht, wo gehe ich all das nachschauen, ich will nicht sagen, dass ich hier die Wache gebracht habe, es ist eine Erforschung, Etymologie ist die Erforschung deren Ursprung und Herkunft und deren Bedeutung und das, was wir hier machen, und wenn wir das in den täglichen Alltag inkorporieren, dann kann es durchaus sein, dass wir durch die Kindes-Etymologie Herleitungen machen können, die können wahr, korrekt sein oder vielleicht auch falsch, aber wir können Herleitungen machen, ein aktives Denken fördern, was ja ebenfalls die Hirn-Synapsen bildet und können so uns der Sprachanwendung bewusster werden. Wir sprechen nicht nur und wir hören nicht nur, sondern wir beginnen die Sprache zu Beherrschen und trennt man dieses Wort in der Silbeltrennung Phenetisch Beherrschen dann haben wir hier dasselbe Trennung wie im Phonem Beherrschen ist auch spannend, dass genau ausgerechnet dieses eine Wort in beiden Trennungen genau identisch ist und wenn wir das so machen, dann könnten wir eigentlich auch sagen, dass sich unser Bewusstsein anhebt, weil wir werden uns der Sprache bewusst, wir werden uns den Wörtern bewusst, die wir verwenden und unter Umständen kann es auch passieren, wenn wir uns dessen bewusster werden, dass wir dann auch die Wortwahl etwas anpassen und das wäre ja dann genau der Effekt, den man diese Serie Wort am Sonntag bezwecken will oder soll, dass wir in unserer Sprache bewusster werden und die vier Schnäbel näher zusammenbringen, damit auch beim Empfänger diese vier Kanäle oder die vier Ebenen auch entsprechend ankommen, ohne dass er sie interpretieren oder schätzen muss, sondern es ist eigentlich eindeutig und ich will damit nicht irgendetwas sagen und ich will nicht, dass du sagen kannst, du meinst also, nein, nein, das was ich sage, ist das, was ich meine und hier verweise ich nochmals auf die Webseite to know tv, wir wären hier auch am Ende, wir haben eine Stunde und 20, also das heißt nicht ganz eineinhalb Stunden, ich denke, ich bin eigentlich gar nicht so schlecht im Schätzen, wir haben hier der Magic Code, ist in Englisch, lohnt sich zum mal reinhören, weil da geht es ebenfalls um die Phenetik, wie wir es ja letztes Wochenende hatten, von den Phenetien, die Magie betrieben, wir haben hier Wort am Sonntag, Information, haben wir heute, nächsten Sonntag steht an, Wissen und dann sogar noch am 29, immer noch im Januar, der Glaube, ja, wir wären am Ende, wir sehen uns nächsten Sonntag, habt einen schönen Tag, genießt es und dann morgen einen guten Wochenstart, bis dann und out. Out.